Servus, hallo, hier ist wieder der Mendocinus. Es gibt Neuigkeiten. Der Mendocinus Fanshop ist online gegangen. Ja, was gibt es da? Viele schöne Sachen, T-Shirts, Pullis, Kappen, Käffis, Babylätzchen und so weiter, Tassen, Mauspads. Ich blende euch hier mal die Adresse ein, weiter unten in der Videobeschreibung ist auch nochmal ein Link dazu oder ihr geht einfach auf meine Seite www.mendocinus.de, klickt oben in der Menüleiste auf Fanshop, dann gelangt ihr dort auch hin, wenn ihr weiterklickt und dann könnt ihr einmal im Fanshop umherstöbern, vielleicht findet ihr was und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns bestimmt wieder beim nächsten Musikvideo. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nicht, wenn es nächstes Mal wieder heißt, Kultschlagadu Mendocinus. Denkt dran, bleibt gesund und alles wird gut. Servus, bis dann.